hallo und herzlich willkommen zum nicht perfekten video aber mit den perfekten outfits für euch da draußen schön dass ihr wieder mit dabei seid da freue ich mich wirklich riesig ja also es ist immer viel los gerade passiert viel und bei uns passiert auch viel weil wir sind mitten im sale also es gibt wunderbare angebote von der ganzen sommer mode ja also alles schön reduziert und für euch toll aufgebaut und wer natürlich sagt mensch da möchte ich mal einiges sehen oder was ist da mit dabei der kann gerne uns eine nachricht schreiben per whatsapp anrufen e mail gar kein problem ich schicke dann gerne bilder oder was wir natürlich auch machen zum beispiel ein überraschungspaket auch erzählen paket wir haben aber auch schon viel neue mode da aber heute zeigen wir euch einfach mal ein paar angebote also das ganze video zeigt mir euch sale angebote und da ist natürlich das kontingent ein bisschen knapper als sonst also schnell sein lohnt sich und dann würde ich sagen wir fangen einfach an aber halt ich muss noch schön erklären weil es immer trotzdem wieder unklar ist ja ihr könnt alles was ihr seht bestellen gar kein thema ja und das könnt ihr mir unter den gegebenen nummern die mir einblenden einfach schreiben und mir verschicken das sofort vorhanden oder wir geben dann natürlich ein feedback oder wir schicken alternative also es ist gar kein thema wir kriegen alles hin das läuft auf rechnung dann gell was nicht nur schreiben auch anrufen 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 telefonieren alles alles rauchzeichen die outfit nummer durchgeben und dann wissen wir bescheid richtig richtig und jetzt geht's los jetzt geht's los also ihr seht heute sind wir im sale also ich habe mich dann heute auch in ein natürlich schönes sommer outfit geworfen ich mag es ja immer im ober und unter das muster da fühle ich mich einfach sehr sehr wohl und ich zeige einfach auch gern und alle models natürlich auch die teile gern die sie auch dann draußen anziehen ja also einfach den typischen unterstreichen hier habe ich jetzt ein ganz tolles blusenschirm reines tänzel also auch ein fair trade teil von divin berlin das ist echt schön das oberteil das heißt ruby das finde ich eigentlich auch immer ganz nett das hat ein ganz ganz toller schnitt es ist ein bisschen kürzer ein bisschen weiter hier und es sieht natürlich auch toll aus mal über den jeans ein bisschen eine aufwendigere dann könnt ihr das ober so ein bisschen reinstopfen also da gibt es genug möglichkeiten regulär kostet dieses teil 49,99 und jetzt im sale von nur 35 euro ja die farbe das ist so ein ganz ganz tolles nachtblau sieht man das erkennt man das ja also das ist echt schön und dann habe ich einen tonnen rock hier ja also super länge das ziehe ich auch an die länge die mag ich sehr ja von ich sie seht ihr den habe ich jetzt in größe 36 sogar an ja und der hat hier hinten den gummizug erkennt man das ja man erkennt also der rock der wächst dann ein bisschen mit ja und da könnt ihr natürlich auch hier sagen ich stopfe das ein bisschen rein er sitzt jetzt nicht hier wenn ich 36 an habe natürlich ein bisschen höher finde ich aber eigentlich sehr sehr schön und diesen rock gibt es jetzt von nur 25 euro bei uns reine viskose das ist doch super oder also schnell sein lohnt sich ihr seht ja also sehr cool das machen wir jetzt zum ersten mal so ein sale video aber ich denke das kommt ganz gut bei euch an ja also wie gesagt so ein sale päckchen könnt ihr natürlich auch gerne bei uns bekommen und natürlich auch mit schon neuer mode gar kein thema das kommt natürlich auch in den nächsten videos wieder so und ich habe hier meine lieblingsschuhe gelassen weil die passen natürlich hier wieder wunderbar zu diesem outfit ja die haben jetzt auch natürlich ein super guter preis für diese qualität ist das echter hammer also die gibt es jetzt für 60 euro sehr sehr schön und die gibt es ja auch in einer anderen farbe und da könnt ihr auch den nehmen der draußen ist in dem rosé da finde ich eigentlich echt auch sehr cool sieht man es ja und er hat wirklich ein unschlagbares fußbett das ist so ich liebe den ich ziehe den echt den ganzen tag beim arbeiten immer wenn ich rumrenne und ich renne den ganzen tag also finde ich echt richtig toll und wenn ich so ein bisschen verschiedene füße habe dann ist das mit dem kletterschluss einfach mega und manchmal kriegt ja im lauf der zeit immer dazu ausbuchtungen ausbeulen es ist halt so es ist aber nicht nur bei den ladies das ist auch bei den männern so also so und ich würde sagen weil man jetzt natürlich so viel spaß wieder miteinander haben und was es heute auch noch gibt da musst du unbedingt dran bleiben und ja genau nicht vergessen natürlich wer die trends ganz ganz schnell will solltet ihr uns abonnieren das würde uns ganz auch freuen ein küsschen für euch schon mal und heute gibt es noch die verlosung weil das haben wir ja mal in den raum geworfen mensch wer möchte mal vorbeikommen mit ein paar zaungäste und wer möchte gerne hier unser model sein bei youtube mit der nicole und mir also da gibt es auch die verlosen also seid gespannt und jetzt würde ich sagen lebt mir los mit den nächsten sale angeboten das dreht sich heute relativ schnell weil ihr möchtet euch ja viel zeigen auch viele kleider die jetzt im sale sind deshalb geht es heute wie beim pretzel backen sagt man also lasst euch überraschen und bis ganz gleich halle schön grüß gott hallo schön 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 dass du mit dabei bist du ja hör mir auf die haare ja bald habe ich meinen friseurtermin siehst du weil ich war schon darauf angesprochen die leute sagen jetzt schon auch bei mir bei der arbeit die bist du da nicht gesehen warum hast du jetzt so dunkle haare weil das meine naturfarbe ist aber du bist doch immer blonde sage ich ja ich weiß bald bald wieder ja das ist doch schön aber steht ja auch gut zopf und pony das ist echt süß gut für die heißen tage auch super ja also top auf jeden fall pony für die heißen tage ist ein bisschen blöd aber egal wir sind ja da wegen des sales da genau und ich bin heute da ja also ich fühl mich toll kleines kleid ja also ein wunderbares kleid eine tolle länge pures leinen ja also vorher 89,99 und jetzt zum sale price von 59,99 das ist doch toll das ist toll das kann doch nur in der urlaubskoffer oder passt auch also richtig toll und auch in verbindung mit dem schönen leichten tuch mit dem sich Nicole ausgesucht hat ja toll ich mach sie mal aus richtig unsere schöne tücher von 29,99 genau gell ein super schönes Muster toll Farbe ich finde es nicht besser passen gell finde ich auch absolut ja absolut und wenn Nicole natürlich auch schon im Urlaubs- und Strandmodus und allem ist ja hat sie nur Täschle gefunden genau auch ganz toll richtig schön gell da passt auch ein bisschen was rein ja jetzt für nur 30 Euro noch gell jetzt da könnt ihr ein Handtuch reinpacken ja und es ist einfach auch gut mit so nieder festgemacht gell gell also sehr sehr schön und dann hat sie noch ihre schöne Schuhe die hat auch ihre Schuhe einfach anmachen gell die Cotty tut sich jetzt schon unter und aufer aus ich bin schon fast hier jetzt genau richtig und wir machen gleich weiter oder? also zack bumm gleich oh und hier noch ein schönes Kleidchen doch mal was schönes das ist richtig toll gell super ich mag ja also erstmal der Stoff ist super toll gell das schöne Garnet geht auch ganz ganz und schlecht dann dunkelblau mag ich auch gell und dann haben wir hier eine tolle Armlänge ja gell das ist echt klasse das Highlight von dem Kleid zeige ich jetzt auch immer nicht nein das zeigst du noch nicht gell das zeigst du noch nicht dann konzentrieren wir uns erstmal auf die Vorderseite also das ist ein wunderschönes Kleid ja hat auch eine tolle Länge und wir haben hier die schöne Seiderschnitzel auch gell ja genau dann müssen wir das ein bisschen nicht trappieren genau alles gut wir haben hier ich sag ja also diejenigen die ausgelöst wurden die hatten Spaß mit uns ja wirklich gell also super schön toller Ausschnitt auch vorne in Verbindung mit unserem schönen Tum wieder von 29,99 gell also richtig klasse ja schön schöne Farbe gell ganz toll passt ja auch so ganz viel richtig also wirklich sehr schön und jetzt komm lass uns das tolle Highlight sehr tadaa oh das sieht doch schön aus der Rückenausschnitt ist doch ein Traum gell hier haben wir jetzt so ein kleines Knödle eigentlich und das fällt wunderbar und das ist wirklich das kaschiert super das ist ganz toll man kann das auch ganz man könnte es jetzt auch mit einem tollen Pumps tragen man könnte es auch anders ja man könnte es ja ne könnte man ich denk schon ok also du musst ein bisschen aufpassen bei deiner Oberweide dann ja dann kannst du auch eine Tochter unterziehen genau ich würde dann halt genau eine Tochter unterziehen so Pandon genau gell also da gibt es natürlich schon genug Möglichkeiten man kann ja alles dann irgendwie kaschieren, drapieren aber das gefällt mir ganz ganz besonders das sieht echt toll aus ja finde ich auch ganz schön habe ich jetzt schon der Prinz gesagt für ein Kleid nein also statt 59,99 kostet es jetzt 39,99 das ist doch ein super Preis also wirklich super Preis tolles Kleid genau super Kleid das gibt es in so Kuppelgröße XSS SM oder ML gell ok also sehr schön xs jetzt hier ja du hast xxs an die ist also aus die Größe die ist leider nicht mehr verfügbar gell und dann haben wir die tolle Pantolette also auch super schön von Tamaris ja jetzt auch für 55 Euro also auch ein Highlight-Fress für euch ja ganz toll gell wunderbar also sehr schön wir haben noch mehr ja ich hätte schon wieder gell wir ziehen uns schon wieder um genau ganz schnell ja und so und solange sich Nicole umzieht habe ich mich jetzt hier geschwind ins Bild geschmuggelt das wird die Garnet gell also wie stört es doch gerade also ich will euch jetzt einfach auch hier noch ein schönes Teil zeigen vor dem Sommer wir sehen einen schönen Overall ja also das ist echt toll wie so Siersacker mit Wäsche ja rein schlupfen zack und strand für dich nicht viel nachdenken ja statt für 59,99 kriegt ihr den jetzt für 34,99 ein super lässiges Teil coole Dinge ich finde den total witzig also da könnt ihr mit dem Urlaubskoffer auch mit rein und dann hier diese schöne Pandolette auch von Tamaris natürlich auch immer super praktisch genau siehst ja gell sehr sehr schön ja die bekommt ihr jetzt für 30 Euro also wirklich auch lässig lässig und jetzt muss ich mich ganz leise aus dem Bild schlächen ganz egal ja genau passend das ist aber auch schön ja ich komme mir vor wie wie heißt sie Alice in Wunderland ja du gehst 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 die Musik oder irgendwas da bin ich heiß das ist das ist mein das ist das ist das ist wunderhübsch das ist von BSB sehr hochwertige Kleider machen die Das hier ist jetzt nicht regulär für 99 Euro und jetzt nicht für 69,99 Euro, gell, bei uns. Also sehr schön, tolle Farbe, richtig cool, mit der Jeans-Jag dann drüber, gell. Aber auch ich würde jetzt nicht das zum Beispiel, da haben wir auch schon ganz tolle, das ist jetzt natürlich kein Sehen. Wir haben dich gesehen. Aber jetzt geht es wieder los. Da kriege ich auch. Wir haben jetzt auch die Angels schon wieder hier, die sind. Das ist ganz toll, das sind also hier die wirklich ohne Naht, es ist ein Hauch von nichts. Das könnt ihr hier super drunter ziehen, also das ist zum drunter ziehen, das muss ich euch jetzt zeigen, oder hau? Das darf auch, gell, man kann das wirklich machen, aber jetzt bin ich unvorbereitet, 39,90 Euro, fair trade. Genau, und das könnt ihr auf der Haut, eure Haut freut sich, die hat ja fest bei so was. Ja, wirklich, das ist toll, ihr müsst nach eurer Haut gucken, das ist ganz wichtig, ja. Also sehr toll, sehr, ganz, das könnt ihr da drunter, also wunderbar, gell. Ich mag sowas ja auch, man hat immer nie das Richtige, um immer drunter zu ziehen. Ja, und weißt du, das trägt nicht auf, und dann ist oft das Problem, dann zieht man es runter und dann gibt es. Ja, ne, super. Und das ist toll. Also, gell, könnte besser nicht passen, gell. Ja, auch in Weiß. Ja, auch in Weiß, aber sehr cool, oder? Gewusst wie? So könnte es auch ein Begleiter von der Herbst werden. Ja, ganz, ein Begleiter drüber, oder? Super cool. Mensch, Mario. Mensch, Rieker. Mensch, Rieker. Eiei, eiei. Also komm, ja, halt weiter. Ja, mach ich weiter. Gell, einer sieht, dass du dich eigentlich umzogen hast, wenn du noch ein paar Knitze sind noch gar nicht. Aha. Ist uns gar nicht aufgefallen. Die wollen schnell ins Bild. Alles gut. Ja, ich habe ja gesehen, dass du auf meiner Bühne stehst. Gell, aber hallo. Das geht ja nicht. Nee, 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 nee. Nur eine geben. Richtig. Super, oder? Also, ich mach halt weiter. Ich mach mich vom Acker. Genau, aber ganz schnell. Jetzt steht sie schon wieder dran. Ja, ich habe ja schon wieder. Heute drängelt sie sich immer ins Rampelicht. Na klar, ich kann halt nicht genug drücken. Ja, ich will das auch mal. Weißt, ich auch will. Du auch will, also gut. Gell? Also, und heute können wir das doch machen. Und heute sehen wir so schnell. Weißt du, das stimmt. Das geht echt hier zack, zack, zack. Wie, die Preise puxeln auch. Ja, die puxeln hier unsere, die Kilos nicht so, aber unsere Morde. Gell? Also die Nicole hier wieder eine tolle Leine klein. Super. Gell? Vorher 79, 99 und jetzt 59, 99. Und da hat sie auch. Aber die sind dann zucknäht, so Teschler. Genau. Das Oma hat nämlich auch Teschler gehabt, das allererste Kleine. Genau, das Beige. Aber die sind dann am Anfang immer noch zucknäht. Ja, genau, da sind dann lauter Nicole da reingegangen, gell? Genau. Also, wunderschön. Ja. Toller Schnitt. Auch super, genau. Auch hier hinten seht ihr die Falte. Super schön. Gell? Toll, gute Länge, schöne Farbe, schönes Blau, also das ist Blau. Das ist so grau-blau, aber schießblau. Ja, genau. Genau. Und wieder mit einem schönen Tuch. Ja, super. Und du möchtest vielleicht mal oben zeigen, wie das Oma ist. Ja, ich hätte es doch sowieso unterdorf. Oh, super. Also, wäre ich unvorbereitet. Ja. Die Leute ist nie unvorbereitet. Da. Ah ja, sehr schön. V.O. Cool. Gell? Wo ist denn dein Zupfchen? Den habe ich in der Kabine liegen lassen. Der kommt nachher vielleicht nochmal. Der Zupf hat sich abknüpft. Genau. Gell? Also schön. Also schön. Wunderbar, gell? Also ein tolles Tuch. Ja. Passt auf jeden Fall. Würde auch zu dir noch passen. Genau. Richtig. Richtig. Hast du jetzt schon was gesagt zu dir? Nein, zu mir habe ich nichts gesagt. Soll ich Ihnen aus dem Bild gegangen? Wie du wirst, du darfst auch gerne neben mir bleiben. Dann bleiben Sie gleich. Geil, das wäre doch schön. Also ich mag das auch immer so ein bisschen in den Buch reinzubringen, gell? In ein Outfit. Das finde ich immer schön. So ein Rock und dann einfach so ein Basic-Lust-T-Shirt, gell? Also das haben wir jetzt hier zum Beispiel. Dieser tolle Rock. Also die liegt sehr schön. Sehr schön. Ja. Mega-Rock. Von 44,99 jetzt. Toll. Ist eine Einheitsgröße, aber der hat da oben hier so. Guck dir. Ein Gummizügchen, gell? Ein geschmücktes, also super toll. Der ist klasse. Oh, der ist ja wirklich, wenn es so heiß ist. Oh, weißt du, was du auch macht? Mit so kleinen, so Glockenrücken, wo man sich so dreht hat und der dann ganz toll mitgeschwungen ist. Genau, das war ja. Also das sind ja so Räger in meinem Kindheit. Genau, genau. Also das könnt ihr da wieder machen. Ich mache es jetzt nicht vor, weil sonst kommt bei der Notdienst. Am Sonntag, das machen wir nicht. Also und hier haben wir das schöne Dorfkind, das haben wir jetzt gerade auch zur Zeit für 22,99 im Sommerangebot, gell? Also weil es sind ja tolle Baumwollshirts und auch, ich finde es einfach witzig. Und gerade hier auch so im Rock oder mal zu einer Kulotte und einfach reinstopfen, dann ist das einfach, das ist toll. Das ist es auch noch. Entschuldigung. Ja, das ist auch noch in Schwarz. Genau. Gell? Wir wollten ja nichts vergessen. Nee. Richtig. Also und jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt, ich trinke mir jetzt nicht, wenn es will. Aber du, du darfst jetzt nochmal rausziehen. Jetzt stecken. Genau. Jetzt zeig mir noch Hose und dann machen wir noch die Verlosung. Das ist ja ganz wichtig. Gott, gell? Also jetzt auch noch. Ja. Bummi, auf. Bis gleich. Yes. Wow. Hey. Das sieht auch cool aus. Mir gefällt das an dir. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja den Bläser. Ja, der ist toll. Und der ist mit einer meiner Lieblingsbläser. Gell? Ja, weil ich das Muster so toll finde. Ja, ich finde den auch toll. Ich habe ihn nämlich auch. Echt? Ich liebe den. Und der packt jetzt... Wo hast du denn einen her? Auf und Bläser? Ja, stell dir vor, das war ganz easy. Tolle Sache. Richtig. Ich habe nur ein WhatsApp geschrieben und wirklich, gleich danach war der Bläser bei mir im Haus in einer tolle Fashionbox verschickt. Ah. Also echt cool. Super. Ja, die Biederstina war ganz toll. Und du musst dann echt erst noch Erhalt dann bezahlen. Also richtig cool. Kannst du anprobieren, wenn man andere Größe braucht. Und wenn es noch da ist, kann man auch kurz anrufen. Okay. Ja. Funktioniert. Gell? Also dieser Bläser 69,99 regulär und jetzt für 59,99 bei uns. Das ist doch toll. Waschbart, Jersey, also ein ganz, ganz tolles Teil. Ja. Also der mit. Ah, Christina, geh mal kurz in meine Kabine ganz schnell und holen wir das T-Shirt raus. Ja, ich krieg's. Erzähl mal du von deinem, zeig mal dein T-Shirt. Ja, genau. Also ich trage jetzt hier ein weißes T-Shirt dazu. Und zwar auch von Dorfkid. Guck mal, Kameramann. Ja, man kann's gut lesen. Der andere Schnitt. Genau, mein Schnitt ist ein bisschen, äh, weiser, 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 gell? Genau, genau. Ich kann einmal das aus meiner Hose rausholen. Genau. Das ist der weitere Schnitt, das Oversized. Also richtig lässig. Soll. Das sieht so cool aus mit dem Hashtag Dorfkid. Ja, das ist doch lässig. Ich finde, die T-Shirts sind mega. Die sind auch cool. Jetzt für 25 Euro. Ja. Gell? Also sehr, sehr cool. Und dann gibt's natürlich auch noch, da gibt's auch, also wenn ihr da Interesse habt, schreibt einfach, da gibt's wirklich viele Varianten, die können wir alle gerne zeigen. Genau, gell? Eigentlich, das und dann, genau, das und den Bläser dazu. Wer aufholt, sieht auch klasse aus. Und das ist ja mein Spruch. Karma kommt, Karma regelt. Gell? Ist das echt schön? Ja, was ich habe ja kein Früher. Ist das geil? Karma kommt, Karma regelt. Ja, steht drauf. Das ist so. Ja, das müsst ihr euch so zeigen wie jetzt. Ihr müsst eure Ruhe finden, ihr müsst euer Lebensglück genießen. Das ist ja toll. Gehen wir rein ins Spiel. Ja, genau, das ist wirklich viel wert. Ja? Also, schön, gell? Von Kleinigkeit. Ja, guck mal, ja. Und was steht hinten drauf? Keine Probleme. Keine Probleme. Guck mal. Ja, keine Probleme. Genau, Karma kommt, Karma regelt. Keine Probleme. Stimmt. So, die Geschichte, sie sind so einfach. Ja, ihr müsst es einfach annehmen. Gell? Also, genau, sie stehen wieder an. Also, sehr schön. Und jetzt diese tolle weiße Kulotte. Ja. Ja, echt auch, echt richtig toll. Von 49,99 jetzt. Ja, super. Also, die ist echt toll. Das sieht ja auch toll aus. Weißt du, mit einem Rollkradepolitro. Ja, richtig. Super cool. Ganz toll. Und Kulotte, auch mit Stiefeln. Voll schön. Oder Stiefelette. Auch, weil sie schön hauptschwende erlaubt in der Hose. Ja, okay. Also, das ist wirklich. Also, das ist so. Von daher, jetzt investieren und im Haus schon was haben. Genau, weiter nützen. Richtig. Also, und ich würde jetzt sagen, ach Gott, Leia, das Wichtigste. Ja, genau. Du holst. Dorfkind Nummer zwei. Holz. Schön. Gell? Ganz toll. Wir haben wieder Uta's Losbox rausgeholt. Ihr wisst ja, wir machen jetzt die Verlosung. Ihr habt euch quasi beworben. Also, jetzt muss man nicht nur sagen, hallo, ich will mitmachen. Das reicht uns schon. Ja. Gell? Also, und gesagt, oh Mensch, das würde ich gerne machen. Und da haben mir echt einige geschrieben. Und die sind jetzt hier alle in der Losbox drin. Ja? Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir das zum letzten Mal machen. Also, bleibt dran. Wir machen das dann bestimmt auch mal wieder. Und wer jetzt das kein Glück hat, hat bestimmt beim nächsten Mal Glück. Gell? Und jetzt würde ich sagen, ich schüttel jetzt das hier. Und du? Ich, du öffst es. Du öffst mich und ich reich da mal rein. Oh ja. Oh ja. Was nehme ich jetzt? Das war für euch. Schwierig. Habe ich euch aus, sind es zwei. Ois, gell? Du machst euch. Okay, dann nehme ich das doch aus. Genau. Ach so, so, ich habe das Großflug geschrieben. Ja, so, ich habe das schon groß geschrieben. Oh, oh. Halt es gut. Das ist nicht so. Oh, so war ich, freue mich. Juhu. Guck mal her. Steht drauf. Uta. Uta. Ja. Uta. Uta, ich habe dir gesagt, du kommst da nicht drum rum. Super. Ja, sag los. Ja, die Uta hat schon gesagt, im Frühhaupt kommt sie im Frühhaupt. Also, Uta, du bist mit dabei mit uns zwei. Vor die Kamera. Genau. Du musst jetzt dann deine ganze Lieben, ja, die packst alle drei in dein Auto. Irgendjemand von euch fehlt. Und dann, tut ja, gehen wir dann wieder machen. Oh, du musst dir aufreißen. Ja, du musst dir auf jeden Fall in Tauka. Genau. Gerne, machen wir uns dann einen schönen Abend. Also, Uta, herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir auch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Nach Airford. Ja, sehr geil. Sehr cool. Ihr freut uns. Ich freue mich. Also, Uta, mach dich bereit. Wir sind bereit für dich. Du kannst schon mal die Koffer packen. Genau. Und zack, bumm, hier eintreten. Also, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst ein Abo da. Ruft an. Und wenn irgendwelche Fragen sind, wir sind für euch da. Genießt euer Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Die schönen Dinge des Lebens. Und wer noch nicht im Urlaub war oder wie oder auch immer, dann wünscht man einen schönen Urlaub. Und wir beteiligen uns gern am Koffer packen mit unserer schönen Abend. Genau. Aber nicht mit einer Dreikwäsche nachher waschen. Nein, 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 nein. Also, dann see you. Schönen Sonntag euch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschau. We Fashion You Up. Mode war gestern. Fashion ist heute. Fashion und Schuhe für Damen und Herren. Modehaus Rika in Süßen.